Denkst du, eine Rebuy bei XRP ist möglich? Wie könnte das ablaufen? Oder denkst du, das ist Maxi-Gelaber? Verstehe nicht, wie das gehen soll. Thanks. Ripple hat, glaube ich, über 300 Millionen schon an XRPs vom Secondary Market. Das ist von Exchanges wieder zurückgekauft. Warum? Wieso? Weshalb? Da können wir lange drüber spekulieren. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, wenn On-Demand-Liquidity erstmal genutzt wird, dann werden die meistens ja über OTC-Cells untereinander die XRPs verkaufen. Aber wir vergessen da eine Sache. Der Supply an XRPs in den Exchanges wird dadurch extrem reduziert werden. Und die Nachfrage nach XRP wird wahrscheinlich groß werden. Und ich bin der Meinung, wenn das erstmal passieren sollte, wenn wir irgendwann so eine starke Anwendung haben, dann wird es vielleicht dazu führen, dass die XRPs, die wir verkaufen, komplett abgekauft wird. Weil es sind nicht viele XRPs, die in den Exchanges sind. Und ich denke mal, die werden komplett abgekauft, aus dem System rausgeholt. Und dann wahrscheinlich für On-Demand-Liquidity, für Liquidity-Hub genutzt werden. Und dann wird XRP einen extrem hohen Preis erreichen und den stabil halten können. Es gab mal mehrere Analysen, die haben gezeigt, dass XRP da, es gab einen, die gezeigt, dass die irgendwo bei 60 Cent landet. Einer, der irgendwo bei 32 Cent landet. Es gibt natürlich viele Verrückte, die dann behaupten, na, der wird, was weiß ich, wie ich es euch heute gezeigt habe, auf eine Million gehen pro XRP, das ist so ein Schwachsinnsgelaber, kann man da wirklich schon sagen. Ich mag dieses Wort immer nicht, aber das ist ein Schwachsinnsgelaber. Wie hoch dann der Preis letztendlich gehen kann, hey, schwer zu sagen. Das liegt einfach daran, wie viele XRPs in den Exchanges sein werden und wie hoch die Nachfrage sein wird. Denn wenn wir ganz wenig XRPs in den Exchanges haben, dann kann der Preis komplett hochgehen. Dann ist es möglich, dass man die tausende Euro an XRPs erreicht. Warum? Weil wir halt viel zu wenig in den Exchanges dann an XRP zur Verfügung haben. Und wenn die ganzen dicken Institutionellen das die ganze Zeit vom Secondary Market, also von Exchanges dann immer abkaufen, alles was da ist, sollte das Szenario natürlich eintreffen, dann wird die Nachfrage unnormal hoch sein und die XRPs, die in den Exchanges sind, extrem begrenzt. Dann kann das sogar passieren, dass wir tausende von Euros an XRP-Preis sehen. Und das ist halt der Fehler, den viele machen, dass sie immer auf diese 100 Milliarden brechen. Die 100 Milliarden und dann haben wir so ein Market Cap. Reinster, lass mich nicht wieder damit anfangen. Es hängt damit zusammen, wie viele XRPs in den Exchanges sind. Und dadurch wird der Preis ermittelt. Und wenn diese XRPs, die in den Exchanges sind, sehr, sehr knapp sind, weil vieles rausgezogen wird und bei On-Demand Liquidity und bei Liquidity Hubs und all diesen ganzen anderen Dienstleistungen, die noch kommen sollten, wissen wir ja noch nicht, dort genutzt werden, dann haben wir eine extreme Verknappung an XRPs in den Exchanges. Das kann natürlich dazu führen, dass der Preis extrem durch die Decke geht. Ja, gucken wir mal. Es gibt so viele Szenarios, aber wir müssen abwarten, wir müssen geduldig sein. Wir könnten stundenlang darüber spekulieren, wir könnten stundenlang darüber reden, wie es dann letztendlich kommt in Zukunft, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Das ist spekulativ. Und meines Erachtens nach irgendwo auch Zeitverschwendung. Wir wissen, der Preis wird hochgehen. Wie hoch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ob der bei 10 Dollar endet oder bei 20 oder hey, ich habe nichts dagegen, wenn er auf 100 oder auf 1000 gehen kann. Habe ich auch nichts dagegen. Dass es ein legittes Projekt ist, dass wir mehr als nur internationale Transaktionen damit abwickeln können. Es geht in Richtung Automated Market Maker, als dezentraler Exchange auch noch integriert. Ich will das Ganze nicht wieder herunterreden. Ihr wisst, was für Möglichkeiten die XRP Ledger bietet. Einzigartig in der Art und Weise. Daher vertrauen wir auf das Projekt. Nicht auf das, was der Preis machen kann. Denn das ist eine selbstverständliche Sache, die folgt. Wenn das Projekt digit ist. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwabo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.